Am Freitag tritt die Viktoria in Hannover beim TSV Havelse an. Zwar stand bei den Kölnern zuletzt gegen Saarbrücken die Null, aber auch vorne müssen Tore her. Dafür könnte vielleicht auch Timmy Thiele sorgen, der inzwischen wieder im Training ist. Große Hoffnungen ruhen aber auch auf Len Jastremski, der Ende August von den Bayern ausgeliehen wurde. Hat sich Jastremski nach seinen ersten beiden Einsätzen für die Kölner schon gut eingelebt? Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich super eingelebt. Die Mannschaft ist top. Die hat mich direkt gut empfangen und gleich mitgenommen. Also ich fühle mich sehr wohl hier auf jeden Fall. Mit welchen Hoffnungen geht es jetzt zum TSV Havelse? Ja natürlich, dass wir unsere Leistung abrufen, dass wir aus dem Spiel aus Saarbrücken viel mitnehmen. Vor allem das spielerische und auch das kämpferische, am Ende, wo wir mit einem Mann weniger waren. Und ja, dann wollen wir auf jeden Fall die drei Punkte mitnehmen. Len Jastremski, sollten die Niedersachsen gewarnt sein? Ja natürlich. Ich glaube nicht nur mit mir, sondern mit der ganzen Mannschaft. Also ja, wir haben schon gespielt jetzt gegen Saarbrücken, fand ich. Und jetzt müssen die Abläufe noch ein bisschen besser stimmen vorne und dann glaube ich auf jeden Fall, dass wir ein gutes Spiel machen werden.